Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieso spreche ich auf einmal Französisch, ich weiß es nicht, nochmal, hi, willkommen zu einer neuen Episode von Jana und ich hoffe es geht euch allen gut, sorry ich bin etwas überdreht, fragt mich nicht warum, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich einfach an meinem jahrelangen Schlafmangel mittlerweile etwas verrückt werde, aber das tut nichts zur Sache, zu welcher auch immer, ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch, habe mir zur Unterstützung heute Kirschen parat gelegt, schnappt euch auch was zu essen, lehnt euch zurück, schnallt euch an oder ich habe letztens von meiner besten Freundin gehört, sie hört meinen Podcast immer bei der Autofahrt, also willkommen in deinem Auto, bitte brauch keinen Unfall und auch allen anderen, je nachdem wo ihr gerade seid, was ihr macht, chillt, relaxt und hört zu, das ist die komischste Einleitung, die ich ever gemacht habe, aber sorry Leute, ich labere gerade hier einfach nur stumpf in mein Mikrofon und weiß nicht, zu welchem Punkt das führen soll, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit meiner ersten Rubrik, damit wir es schnell hinter uns bringen mit dem Abfuck der Woche Das ist eigentlich ein ziemlich trauriger Abfuck, es ist auch kein Abfuck im Sinne von, es macht mich sauer, sondern es ist einfach nur traurig und zwar natürlich das extreme Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern, es ist einfach nur wirklich traurig und schlimm, es sind so viele Menschen dabei ums Leben gekommen, viele Menschen haben ihr Zuhause, ihr Hab und Gut verloren, Angehörige verloren, viele Städte und Dörfer sind komplett zerstört, es sind einfach wirklich traumatische Bilder und es ist fürchterlich und es tut mir wirklich für jeden Einzelnen leid, der von dieser Katastrophe, Unwetter ist noch viel zu milde ausgedrückt, von diesem verheerenden Unwetter betroffen ist und es macht mich einfach nur traurig und was mich ja vielleicht dann doch ein bisschen wütend macht, deswegen passt es ja schon irgendwo zur Kategorie, sind, dass ja die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels einfach nicht mehr zu übersehen sind und es macht mich wirklich traurig, dass so manche PolitikerInnen die Brisanz noch immer nicht erkannt haben und dementsprechend handeln, das macht mich wirklich langsam wütend und das wird auch definitiv die Wahl beeinflussen, natürlich ist gerade Wahlkampf angesagt, aber nee, es macht mich einfach total wütend, wenn auf einmal irgendwie auch feuchlerisch getan wird und ja, wir sind da und der Klimawandel ist total wichtig und am nächsten Tag ist das doch nicht mehr, es ist einfach nur fürchterlich und keine Ahnung, auf Kosten der Schicksale jedes einzelnen dieser betroffenen Menschen Wahlkampf zu betreiben, finde ich einfach nur grausam, fürchterlich und einfach auch erschreckend, dass wie gesagt nach wie vor nicht der Klimawandel so erkannt wird, wie er es sollte, dass seit Jahren ForscherInnen und jegliche ExpertInnen sagen, der Klimawandel ist da schon lange und wenn wir jetzt nicht wirklich die Notbremse ziehen, haben wir ein riesiges Problem, aber ja, dieses leichte Hochwasser, das ist ja nur einmal jetzt gewesen, da muss man natürlich nicht direkt handeln, ich weiß nicht, mich macht es einfach nur traurig, dieses ganze Schicksal der Leute und wenn ihr spenden möchtet, ich verlinke euch in den Shownotes Links zu Spendenseiten von diversen Trägern, bekannte Träger und auch generell Hilfsorganisationen, die da gemeinsam helfen und Spenden einsammeln, um den Leuten vor Ort zu helfen und zu unterstützen, also guckt gerne in die Shownotes, ich verlinke euch da Spendenseiten und wenn ihr möchtet, auch wenn es nur 5 Euro sind, stellt euch mal vor, 100 Leute spenden 5 Euro, dann haben wir auch schon ordentlich was geschafft und können dadurch schon helfen, etwas zu verbessern. Das war natürlich jetzt ein etwas trauriger Einstieg, aber ich wollte das Ganze nicht unerwähnt lassen und ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam trotzdem etwas positiver weitermachen können. Ich stelle einfach mal mein Positive der Woche vor und vielleicht könnt ihr ja einmal in euch gehen und euch überlegen, was ist denn euch in den letzten zwei Wochen Positives passiert, worüber ihr euch gefreut habt, was euch Positivität geschenkt hat. Bei mir war das eine Geburtstagsparty von meiner Freundin am Wochenende und das war tatsächlich die erste Veranstaltung mit mehr als vier Personen, die ich seit über einem Jahr hatte tatsächlich. Also natürlich hat man sich hier und da mal mit Freunden getroffen, aber es waren immer eher kleinere Kreise und also auf der Party waren jetzt auch nicht 30, 40 Leute, so ein Riesending war das nicht, aber schon etwas mehr als in meinen üblichen Wochenendrunden, sage ich mal. Und das war zwar irgendwie eine relativ krasse Reizüberflutung, weil halt auf einmal so viele Leute, aber es war auch wirklich cool, mal wieder mit Menschen im Garten zu sitzen, sich auszutauschen, zu lachen, gemeinsam Musik zu hören und ja, einfach Spaß zu haben. Also es war wirklich ganz schön und ja, das hat mir sehr gut gefallen und ist mein Positive der Woche. Den Song Roast lasse ich diese Woche aus, da habe ich keinen Beitrag zu, dafür aber beim Song Hi. Und zwar habe ich heute nicht nur einzelne Songs, da komme ich gleich natürlich auch zu, sondern gleich eine ganze Band, die ich euch hier vorstellen möchte. Und zwar Maneskin oder Maneskin, ich weiß nicht, ich hätte die perfekte Aussprache vielleicht vorher nochmal nachgucken sollen, aber egal. Ich glaube, die Leute, die die Band kennen, wissen, wer gemeint ist und wer nicht. Geschrieben wird es M-A-N-E-S-K-I-N. Ja, und die gesamte Band ist einfach eine, ja, Inspiration und trifft einfach den aktuellen Zeitgeist auf den Kopf, wie der Nagel auf den Kopf. Keine Ahnung, wie ich es formulieren soll, aber es ist einfach der Hammer. Also die Band besteht aus vier MitgliederInnen, einmal Damiano David, das ist der Sänger. Victoria De Angelis ist die Bassistin, Ethan Torchio ist der Drummer und Thomas Raggi ist der Gitarrist. Bitte hatet mich nicht für die Aussprache, das sind nämlich italienische Menschen und ich habe keine Ahnung, wie man italienischen Namen ausspricht. Die vier Band-MitgliederInnen lernten sich nämlich in der Schule schon kennen und beschlossen 2016, sich zu einer Band zusammenzuschließen. Und weil die Bassistin Victoria dänischer Abstammung ist, wählte man als Namen das dänische Wort für Mondschein, Maneskin. Und deswegen, also man findet die Band auch, wenn man Maneskin einfach mit den herkömmlichen Buchstaben, so wie wir sie kennen, schreibt. Aber eigentlich ist auf dem A ein Punkt, ein unausgefüllter Punkt oder ein Kreis, ich glaube man nennt es auch Kreis, Jana. Ja, die Dän haben da ja irgendwie so crazy Buchstaben, wo ich keine Ahnung habe, wie man sie ausspricht. Aber ja, mit einem Stilmix aus Rock, Pop und Reggae gelang der Gruppe 2017 in der ersten Staffel von X-Factor, Italien natürlich, der Einzug ins Finale und sie wurden Zweite. Und spätestens jetzt, zu dem Zeitpunkt, sollten die meisten Leute, die eigentlich kennen, dadurch haben die einen richtigen Boost erhalten. Und zwar haben sie mit ihrem Song City e Buoni, City e Buoni, keine Ahnung, wie man Italienisch ausspricht. Naja, auf jeden Fall mit diesem Song haben sie im Mai den Eurovision Song Contest 2021 gewonnen. Und ja, seitdem ging ihre Karriere steil bergauf und eigentlich sind sie überall bekannt. Ich hatte sie hier und da auch schon mal gesehen, beziehungsweise den Bandnamen gelesen, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, bin ich nicht so richtig aufmerksam drauf geworden, weil der ESC irgendwie seit Jahren nicht mehr das ist, was er einmal war. Ich habe den auch gar nicht gesehen. Und durch Zufall habe ich dann einen meiner Song-Hypes letztens entdeckt. Und zwar, Leute, oh mein Gott, das Lied, ich weiß gar nicht, wie ich ausdrücken soll, wie toll ich das Lied finde. Und zwar ist das Lied Baggin und das ist ein Cover-Song von Madcon. Also ich, der Song Baggin von Madcon ist schon ziemlich alt. Ich habe natürlich jetzt nicht recherchiert, wie alt, aber ich glaube, bestimmt schon zehn Jahre. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Cover, was, um ehrlich zu sein, tausendmal besser ist als das Originallied. Also keine Ahnung, bei dem Song kann man nur gute Laune bekommen. Ich habe letztens Schubladen ausgemistet, dann kam der Song auf die Ohren und ich habe nicht mehr weiter ausgemistet und einfach nur durch die Bude gedanst. Das ist einfach, keine Ahnung, man kann einfach nur gute Laune bekommen. Wenn es euch mal schlecht geht, dann hört den Song. Ich persönlich habe zumindest einfach nur das Gefühl, ich explodiere, wenn ich mich nicht dazu bewege und mitsinge. Und das zweite Lied, was ich hier beim Song-Hype habe, ist I Wanna Be Your Slave. Von, auch Maniskin. Das ist ein eigener Song von denen. Also ich glaube, die haben außer Baggin auch keine anderen Cover-Songs. Und das ist auch, glaube ich, nur aus der Zeit von X-Factor. Und da der so durchgegangen ist, die Version, ist jetzt auch auf Spotify. Aber alles andere ist von denen selbst. Und das Lied I Wanna Be Your Slave ist irgendwie total anders. Also es ist mega rockig und, keine Ahnung, mal echt was ganz anderes. Und der Text, Leute, ich meine, der Titel verrät schon einiges. Aber der Text ist einfach irgendwie straight in die Fresse und ich feiere das so übelst. Und ich habe auch letztens mitbekommen, dass der Song scheinbar auch auf TikTok sehr beliebt zu sein scheint. Mehr dazu kann ich euch aber nicht sagen, weil ich es nicht weiß, weil ich eine TikTok-Rentnerin bin. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Aber I Wanna Be Your Slave und Baggin, mega geile Songs. Ich habe mich einfach in die gesamte Band verliebt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus eurer Jugend kennt oder vielleicht seid ihr gerade auch in dieser Phase. Ich weiß es ja nicht genau. Aber meine Jugendliebe damals als Band war One Direction. Das war meine Band. Ich habe jeden Einzelnen geliebt. Und ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so eine Faszination mit irgendwelchen KünstlerInnen gefühlt. Also klar, Harry Styles nach wie vor. Aber das kommt ja auch aus der Zeit von One Direction. Und jetzt kommt Maniskin in mein Leben und ich bin wieder total hyped. Ich bin mittlerweile einfach nur ein Fangirl. Ich weiß auch nicht, die haben letzte Woche das Musikvideo zu I Wanna Be Your Slave released. Und dazu gab es eine Premiere auf YouTube. Und ich war sogar fünf Minuten vor Premiere schon auf der Premiere und habe gewartet, bis das Musikvideo endlich rauskommt. Weil ich es unbedingt sehen wollte und einfach süchtig nach dieser Band bin. Das ist einfach so geil. Die gesamte Band ist einfach so divers. Und die scheißen einfach auf jegliche Geschlechterstereotypen. Und generell auf jegliche Stereotypen. Und ich feiere es einfach so hardcore. Das ist einfach geil. Das trifft den Zeitgeist, wie gesagt, auf den Kopf oder auf den Nagel. Keine Ahnung. Und ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Bitte hört sie euch an. Und ohne Scheiß, der Sänger hat eine der geilsten Stimmen, die ich je in meinem Leben gehört habe, so rauchig. Und die sind einfach jünger als ich. Ich glaube, der Sänger ist 22 und die anderen MitgliederInnen sind sogar jünger. Aber diese Stimme einfach wie, keine Ahnung, von einem 40, 50-Jährigen. Aber einfach geil. Also Leute, gönnt euch meine Skin. Ihr müsst unbedingt reinhören. Ich feiere es. Vor allem die Songs Baggin' und I Wanna Be Your Slave. So. Das war ein sehr langer Song-Hype. Aber dafür habe ich keinen Song Rose gehabt. Und ich musste euch einfach meine Begeisterung für diese Band hier kundtun. Machen wir weiter mit der Witchy Time. Da habe ich tatsächlich diese Woche mal wieder was. Es ist sogar etwas wirklich Witchy-haftes. Und zwar habe ich schon vor Ewigkeiten irgendwie in meinem Pinterest-Algorithmus irgendwelche Zaubergläser gesehen. Und ich finde, die sehen einfach super cool aus. Und da gibt es diverse Zaubersprüche bzw. Zaubergläser, die man sich zusammenstellen kann. Und das sieht erstens voll cool aus. Und zweitens, wenn man daran glaubt, ist es halt einfach auch irgendwie so ein cooles Ritual. Und da habe ich einmal die Zutaten und Zubereitung eines Schutzzauberglases für euch rausgesucht. Weil ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich allgemeiner Zauber, der eigentlich für jeden Menschen nützlich ist. Also es ist jetzt nicht explizit irgendein Liebestrank oder was weiß ich, sondern einfach ein Schutzzauber für alles Mögliche. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal vorstellen, was ich dazu gefunden habe. Ich fand es irgendwie total interessant. Also erst mal zu den allgemeinen Sachen. Schütze dein Haus, deine Familie und dich selbst mit einfach zu machenden Schutzgläsern. Diese alte Form der Hexerei kann verwendet werden, um alles zu schützen, was man möchte. Indem man Kräuter, Kristalle, geschrieben Zaubersprüche, magisches Wasser und andere Zutaten in ein Zauberglas gibt, kann man ein Schutzglas erstellen, das auf einer Fensterbank aufbewahrt oder im Garten vergraben werden kann. Diese Schutzgläser senden eine anhaltende Mauer aus Magie aus, um alles, was man schützen möchte, vor Schaden zu bewahren. Wie funktionieren Glaszauber? Dieser Schutzzauber verwendet verschiedene Zutaten wie Kräuter und Kristalle. Glaszauber funktionieren, indem man eine Reihe von Zutaten kombiniert, diese Zutaten mit seiner Absicht befüllt, also das, was man gerne mit diesem Zauber bezwecken möchte, und dann die Magie im Glas versiegelt. Einmachzauber können immer wieder neu aufgeladen und aktiviert werden, was einer der Gründe dafür ist, dass sie unter Hexen sehr beliebt sind. Man kann jede Mischung von Zutaten verwenden, solange deren magische Entsprechungen mit seinen Absichten übereinstimmen. Nicht jeder Glaszauber wird vergraben, aber einige bevorzugen es, da ein vergrabenes Zauberglas Zugang zu den natürlichen Vorräten der Erde und an deren Magie hat, sodass man es nie ausgraben und immer wieder neu aufladen muss. Welche Gläser sollte man verwenden? Für Zaubersprüche, die größere Zutaten verwenden, sind natürlich größere Gläser am besten. Alte Einmachgläser, Spaghetti-Soßen-Gläser, Weinflaschen, Baby-Nahrungsgläser sind einige der Favoriten für Zaubersprüche in Gläsern. Ich persönlich, kurzer Einwand meinerseits, fand das so cool. Ich habe mir vor Ewigkeiten mal so kleine Gläser auf Amazon bestellt, die ein Korken haben und die sehen einfach schon so hexenartig aus. Ich fand das so cool, ich bin noch nicht dazu gekommen, da irgendwas einzufüllen. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen cooler und es sieht irgendwie mehr nach etwas aus, als jetzt irgendein Spaghetti-Soßen-Glas. Aber es kommt ja darauf an, dass es ein Glas ist, so wie ich das hier verstanden habe. Aber kleiner Tipp von mir auf Amazon, gibt es richtig coole kleine Gläser. Und mit zweiter Werbung an der Stelle Schutzglas-Zutaten erklärt. Man sollte immer verstehen, was in einem Zauberspruch enthalten ist. Und hier kommen wir zu den ganzen tausenden von Zutaten, die man für diesen Schutzzauber braucht. Siegel Ein Siegel ist ein personalisiertes Symbol, das die Absicht repräsentieren soll. Es gibt verschiedene Methoden, ein Siegel zu erstellen, einige einfacher als die andere. Wenn man mehr Siegel herstellen möchte, wird man sein eigenes System entwickeln, indem man das Alphabet, verschiedene Schriftarten und Symbole wie Runen verwendet. Weihrauch-Räucherung Olibanum ist ein Harz, das zur Herstellung von Weihrauch verwendet wird. Es ist ein spirituell kraftvoller Duft, der bei der Meditation hilft und uns zentriert, wenn wir uns mit spirituellen Bereichen verbinden. Es ist ein Duft, der oft zum Schutz und zur Reinigung verwendet wird. Daher ist er bei der Herstellung von Zaubergefäßen aller Art beliebt. In diesem Zauber wird der Rauch des Weihrauchs verwendet, um das Gefäß, das wir verwenden, zu reinigen und es mit Schutzenergie zu füllen. Eine schwarze Kerze Schwarze Kerzen werden sowohl für offensive als auch für defensive Magie verwendet. In diesem Fall wird sie defensiv verwendet, um negative Energie und schlechte Absichten abzuwehren. Der Wachs der schwarzen Kerze wird auch zum Versiegeln, das in diesem Zauber verwendeten Gefäß ist, verwendet. Basilikum Basilikum wird in der Geld- und Wohlstandsmagie verwendet, aber es ist ein Schutzkraut. In einigen Kulturen soll Basilikum Gottheiten besänftigen und vor dem Bösen schützen. Ringelblume Kränze aus Ringelblumen werden manchmal über die Tür gehängt, um das Böse und die Negativität von einem Haus fernzuhalten. Das Hinzufügen zu diesem Zaubergefäß hat denselben Nutzen. Ein zusätzlicher Nutzen ist, dass die Blume mit Liebe assoziiert wird und ein Haus mit einer dauerhaften Liebe für die ganze Familie füllt. Salbei Salbei ist bekannt für die Rauchreinigung in einem Haus. Er wird mit Unsterblichkeit, Schutz, Reinigung, Erfolg und Weisheit assoziiert. Salbei bewahrt das Haus auch vor Kummer und Tod. Rosmarin Diese Zutat wird in der Hexenkunst für Reinigung, Kraft, Schutz und Gedächtnis verwendet. Er wird immer mit der Sonne assoziiert und bringt den Schutz der Sonne in das Haus. Gewürznelken Gewürznelken beschwören Schutz sowie Wohlstand und Reinigung herauf. Dieses Kraut vertreibt negative Wesenheiten wie Geister und Dämonen aus Menschen und Häusern. Gewürznelken in einem Schutzglas verhindern, dass andere über einen oder seine Familie lästern. Es wird auch Negativität verbannen. Kamille Kamille ist mit der Kraft der Sonne und starken Sonnengöttern wie Kernunos, Helios und Ra verbunden. Kamille in dem Zauberglas wird die anwendende Person und ihr Haus gegen spirituelle Angriffe schützen. Verhexungen, Flüche und psychische Angriffe werden der Person nichts anhaben können. Petersilie Dieses Kraut ist schützend und reinigend. Es hilft auch Hexen mit Geistern zu kommunizieren und Liebe anzuziehen. Das Hinzufügen von Petersilie zu diesem magischen Gefäß wird Fruchtbarkeit, Glück, Kraft, Wiedergeburt und Schutz anziehen. Kleiner Amethyst Schützt euch und euer Haus spirituell und physisch mit einem kleinen Amethystkristall, den man dem Schutzglaszauber hinzufügt. Er wird Flüche, Verhexungen und unfreundliche Energie abwehren. Kleiner Obsidian Dieser Kristall wurde im Mittelalter verwendet, um Dämonen und böse Geister abzuwehren. Er ist ein Schutzstein, der heilt und uns vor Negativität schützt. So, das waren die Inhalte. Aber wie verwendet man das Schutzglas? Ein Schutzzauberglas kann auf viele Arten verwendet werden. Wie bereits gerade schon besprochen, kann man sie vergraben. Aber wenn das Schutzzauberglas einen selbst schützen soll, kann man diese Gläser auch tragen oder einfach mit sich führen. Das ist natürlich eher realisierbar, wenn das Schutzzauberglas kleiner ist. Dann nochmal mein kleiner Tipp, Amazon hat auch kleine Gläser, die man mit Dingen befüllen kann. Man kann die Zaubergläser auf eine Fensterbank stellen, damit sie von Sonne und Mond aufgeladen werden. Oder man kann sie unter das Bett stellen, um sich vor Albträumen zu schützen. Und für genau diesen Schutzzauber gibt es folgendes Rezept. Die Zutaten habe ich gerade eigentlich schon einmal vorgetragen und was sie zu bedeuten haben. Aber ich liste sie noch einmal zum Mitschreiben auf. Also auf jeden Fall ein Gefäß mit Deckel oder Korken, im besten Fall ein Glas. Weihrauch, eine schwarze Kerze, Basilikum, Ringelblumen, Salbei, Rosmarin, Gewürznelken, Kamille, Petersilie, kleiner Amethyst, kleiner Obsidian, Papier und ein Stift. Und die Anleitung ist folgende. Erstens. Er stellt mit dem Papier und dem Stift ein Siegel zum Schutz. Zündet die schwarze Kerze und den Weihrauch an. Drittens. Halte das Gefäß über die Kerze. Viertens. Kippt das Glas um und haltet die Öffnung über den Weihrauch. Füllt das Glas mit dem Rauch. Fünftens. Fügt Basilikum, Ringelblume, Salbei, Rosmarin, Nelke, Kamille, Petersilie, einen kleinen Amethystkristall und ein klein Obsidiankristall hinzu. Sechstens. Wenn man ein kleines Gefäß verwendet, kann man die Kräuter zerkleinern und einen Trichter verwenden, um sie in die Öffnung zu bekommen. Das ist eigentlich nur ein Tipp, kein richtiger Schritt. Siebtens. Gebt euer Siegel in das Gefäß. Achtens. Verschließt das Gefäß. Neuntens. Bedeckt die Öffnung des Gefäßes mit dem Wachs der schwarzen Kerze. Zehntens. Pustet die Kerze aus. Sie kann für künftige Schutzgläser verwendet werden. Und elftens. Stellt das Schutzglas an einen sicheren Ort oder vergrabt es in der Nähe dessen, was geschützt werden soll. So. Das war etwas ausführlich, aber ich habe das von der Internetseite und ich fand irgendwie alles relevant und irgendwie interessant. Das hat sich auch noch geräumt. Ich finde es irgendwie, ja, irgendwie ein süßes Ritual. Vor allem, wenn es so kleine Gläser sind, die auch halt irgendwie voll stylisch aussehen mit so einem Korken oben drauf. Auch wenn der Kerzenwachs das dann sozusagen versiegelt. Also irgendwie finde ich das ganz süß. Und keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Wohnung einzieht oder sich ein Haus gekauft hat oder was weiß ich. Und das einfach so als kleines Ritual zum Einzug macht, um den neuen Wohnort zu schützen. Finde ich das eigentlich ganz süß, ob man daran glaubt oder nicht. Aber ich wollte es einmal vorstellen. Ihr könnt ja halten davon, was ihr wollt. Es machen, es lassen. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie es geht, falls ihr mal Bock drauf habt. Gut. So, und nun kommen wir zum eigentlichen Thema, das ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt. Und zwar Zeitreisen. Uh, es ist auch irgendwie so ein mystisches Thema, obwohl es eigentlich eher ein wissenschaftliches Thema ist. Aber naja, Struktur, ja, na Struktur. Fangen wir erstmal mit Punkt Nr. 1 an. Und zwar, was sind Zeitreisen? Na gut, also der Name sagt ja eigentlich schon, was es ist. Aber ich hab mich nicht lumpen lassen und mir bei Wikipedia die offizielle Erläuterung herausgesucht. Ja, und als Zeitreise bezeichnet man in der Physik und der Science Fiction eine Bewegung in der Zeit, die vom gewöhnlich gerichteten Zeitablauf abweicht, beziehungsweise auch eine Bewegung durch die Zeit. Mittels der Relativitätstheorie sind Szenarien beschreibbar, in denen durch den Effekt der Zeitdilatation Reisen in die Zukunft stattfinden. Dass hingegen auch Reisen in die Vergangenheit, so wie in vielen Werken der Science Fiction beschrieben werden, überhaupt physikalisch, logisch oder metaphysisch möglich sein, wird vielfach bezweifelt und es gibt dafür keine empirische Evidenz. So, ihr habt nichts verstanden? Ich auch nicht. Also, das war noch der einfachste Text, diese ganzen wissenschaftlichen Sachen. Da bin ich raus. Das verstehe ich sowieso nicht, aber da kommen wir später noch etwas zu meiner persönlichen Meinung. Aber ich habe ein paar scheinbare Beweisfotos von zeitreisenden Menschen aus dem Internet rausgekramt. Ich versuche sie im Anschluss der Folge auch auf Instagram hochzuladen, dass ihr die Fotos im besten Fall parallel zur Folge angucken könnt. Ich meine, ich versuche sie so gut wie möglich zu beschreiben, aber wenn man sie selber sieht, ist natürlich nochmal was anderes. Folgt mir bei der Gelegenheit doch gerne auf Instagram. Jana und der Podcast. Alles klein und zusammen. Ein Werbung. Und wir fangen an. Foto Nummer 1. Der Zeitreisende Hipster. Ich glaube, das ist eines der berühmtesten Fotos von angeblichen Zeitreisenden. Das habe ich schon seit Jahren überall gesehen. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto und wurde 1941 bei der Wiedereröffnung der South Fork Bridge in British Columbia aufgenommen. Und wenn man genau hinschaut, also es sind einige Menschen auf diesem Foto zu sehen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auf der rechten Seite einen ungewöhnlich gekleideten Mann in scheinbar moderner Kleidung mit Sonnenbrille zu einer Zeit, als die meisten Hüte und elegante Jacken trugen. Und viele behaupten, dass dies ein Zeitreisender wäre. Während andere konterten, es sei einfach ein Mann mit einem Sinn für Mode, der seiner Zeit voraus sei. Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde auf dem Foto, das sieht irgendwie schon absolut nicht zeitgemäß aus. Aber ob es deswegen ein Zeitreisender Mensch ist, ich weiß ja nicht. Foto Nummer 2. WM-Feierlichkeiten. Das Foto ist auch ebenfalls ein Schwarz-Weiß-Foto und stammt von der Weltmeisterschaft 1962 und zeigt die Feierlichkeiten, bei denen die brasilianische Mannschaft den Pokal holt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man in der unteren Bildmitte jemanden, der aussieht, als würde er mit einem Mobiltelefon ein Foto des Ereignisses machen. Könnte das auch ein Zeitreisender sein? Es ist etwas seltsam zu glauben, dass jemand in der Zukunft vielleicht ein Flipphone hat. Aber dann haben sie kürzlich unter anderem durch Samsung und Co. ein Comeback erlebt. Von daher könnte sein. Wobei ich sagen muss, also ich habe das Foto ja gerade hier vorliegen. Falls ihr zwischendurch einen Knacken hört, es tut mir leid, aber mein Tisch knackt neuerdings. Ich weiß nicht, warum er das tut. Sorry dafür. Jedenfalls sieht das für mich nicht aus wie ein Smartphone, weil das irgendwie, weiß ich nicht, der obere Teil sieht sehr aus wie eine alte Kamera. Keine Ahnung, ob das als Smartphone durchgehen könnte und als Recht nicht als Flipphone. Aber vielleicht müsst ihr einfach mal selber gucken und euch eine eigene Meinung bilden. Kommen wir zum nächsten Foto. Die alte Astronautenskulptur. In Salamanca, Spanien, gibt es eine Kathedrale mit mehreren Skulpturen in den Seiten. Eine solche Skulptur scheint die Ähnlichkeit an des modernen oder vielleicht futuristischen Astronauten zu zeigen. Also ich habe hier auch das Bild vorliegen und es ist tatsächlich eine Kathedralenstein-Sandstein-Mauer, wo einfach ein Astronaut eingehämmert wurde. Das sieht wirklich eins zu eins aus wie ein Astronaut. Aber in Anbetracht des Baus der Kathedrale aus dem Jahr 1513 haben die Menschen das als Beweis dafür gewertet, dass Zeitreisende ihren Weg zurück in diese Zeit gefunden haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Astronaut nur eine moderne Ergänzung des Kunstwerks ist, das Geronimo Garcia des Quinones während der Renovierungsarbeiten im Jahr 1992 ausgeführt hat. Also ist es einfach 1992 hinzugefügt worden und wie wir aus der letzten Folge gelernt haben, war die Mondlandung schon deutlich früher. Oder vielleicht auch nicht. Okay, ich höre auf. Gehen wir weiter zum nächsten Foto. Ein Besucher der Kriegszeit in Reykjavik. Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt eine Szene aus der Innenstadt von Reykjavik im Jahr 1943. Im Herzen des Kriegs sind Soldaten und Seeleute überall auf der Straße unter ZivilistInnen zu sehen. Doch auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der mit seinem Handy am Ohr zu sein scheint. Ich frage mich bei solchen Fotos, also das habe ich schon öfter mal gesehen, wo auf ganz alten Schwarz-Weiß-Fotos Leute mit ihrer Hand am Ohr zu sehen sind, wo auch das aussieht, als hätten sie ein Smartphone oder ein Handy oder was auch immer in der Hand. Und da frage ich mich, was soll es sonst sein? Weil zu den 1943, da gab es nichts, was man so ans Ohr halten würde. Außer man hat, keine Ahnung, Ohrenbluten und muss da irgendwie ein Taschentuch dran halten oder so. Aber keine technischen Geräte. Ja, ich weiß ja nicht. Kommen wir zum vorletzten Foto. Greta Thunberg im Jahr 2019 entdeckte das Internet ein Foto aus dem Jahr 1898, auf dem drei Kinder in einer Goldmine im kanadischen Yukon-Gebiet arbeiteten. Das Bild zeigt ein Mädchen mit einer unglaublichen Ähnlichkeit mit der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Macht dies Thunberg zu einer Zeitreisenden, die durch die Zeit gekommen ist, um den Planeten zu retten? Und da muss ich sagen, das finde ich irgendwie voll interessant. Also es wäre total cool, wenn Greta Thunberg noch einen krasseren Grund, also sie hat ja eh schon den Grund, den Planeten zu retten und sich für den Klimaschutz einzusetzen, was auch super ist. Aber stellt euch mal vor, sie kommt aus der Zukunft und hat geguckt, in welches Jahrtausend oder Jahrzehnt oder so man reisen muss, um für den Klimawandel sich stark zu machen. Und dann ist sie einfach in unsere Zeit-Bubble gereist, weil sie weiß, jetzt muss gekämpft werden, weil da, wo ich eigentlich lebe, im Jahr 2100 oder so, ist die Welt kurz vorm Untergehen. Boah, das wäre richtig krass. Und ich muss sagen, auf dem Foto dieses Mädchen sieht wirklich aus wie Greta Thunberg aus dem Gesicht geschnitten, eins zu eins. Und kommen wir zum letzten Foto, Wladimir Putin. Vor einigen Jahren tauchten online eine Reihe von Bildern auf, die anscheinend zeigten, dass der russische Präsident Wladimir Putin über verschiedene Jahrzehnte hinweg ohne Alterung aufgenommen wurde. Entweder ein Beweis dafür, dass er ein Zeitreisender ist oder einfach nur unsterblich. Okay, die Seite, wo ich das herbe, war ein bisschen dramatisch. Aber naja, wenn das stimmt, ist er unglaublich patriotisch, muss man sagen, weil alle Bilder zeigen ihn, wie er seinem Land auf die ein oder andere Weise dient. Ich glaube, das eine ist als Soldat, dann als Präsident und das dritte weiß ich nicht genau. Ich versuche es, wie gesagt, auf Instagram hochzuladen. Neben angeblichen Beweisen für zeitreisende Menschen, habe ich auch kurze Storys herausgekramt zu scheinbaren zeitreisenden Menschen. Und ich schnack nicht lang und fange mit der ersten Story an. Und zwar John Titor oder Titor, keine Ahnung, wie man es ausspricht, lässt das Internet durchdrehen. Im Jahr 2000 sorgte ein User, später bekannt als John Titor, für Unruhe und wilde Spekulationen, als er anfing, in einem Zeitreise-Thread vage Vorhersagen über die Zukunft zu posten. Über ein Jahr lang hält er Menschen in Atem, seit 17 Jahren hat man allerdings nichts mehr von ihm gehört. Titor gab an, ein Zeitreisender aus der Zukunft zu sein, der ins Jahr 1975 zurückreisen musste, um einen IBM 5100 Computer ins Jahr 2038 zu bringen. Dieser würde dort benötigt, um ein Computerproblem ähnlich dem Y2Y-Problem zu lösen. Das Y2Y-Problem behauptet, dass alle 32-Bit-betriebenen Computer im Jahr 2038 nicht mehr fähig sein werden, Zeit und Datum korrekt anzugeben. Titor postulierte, ein amerikanischer Soldat zu sein und veröffentlichte sogar das Abzeichen seiner Uniform. Außerdem machte er viele Angaben darüber, bis wann Zeitreisen möglich sein würden und welche Ereignisse im Jahr 2004 angeblich auf uns zukommen würden. Bis heute konnte allerdings nichts als korrekt bestätigt werden. Tja, also dadurch, dass nichts als korrekt bestätigt werden konnte, würde ich mal sagen, das ist kein Zeitreisender Mensch gewesen. Machen wir weiter mit der nächsten Story. Project Pegasus 2011 sorgten Andrew D. Basiago und William Stillings für Aufsehen, als sie der Öffentlichkeit erklärten, dass sie Zeitreisende wären, die für das DARPA, eine Behörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums, arbeiteten. Dort wären sie für Project Pegasus am Community College in Kalifornien ausgebildet worden, um durch Teleportation Reisen auf dem Mars zu ermöglichen. Durch ein Jump Room seien sie mehrmals auf dem Planeten gewesen. Später behaupteten sie sogar, dass Ex-US-Präsident Barack Obama auch Teil des Project Pegasus gewesen sei. Das Weiße Haus verneinte diese Unterstellung und ließ verlauten, der Präsident sei nie auf dem Mars gewesen. Only if you can't watch it in Marvin the Martian. Deutsch, außer es zählt Marvin der Marsianer gesehen zu haben. Tja, bei der Story, ganz ehrlich, Amerika, amerikanische Regierung, es könnte definitiv stimmen. Aber ich denke mir, was will man auf dem Mars? Einfach nur, weil man noch nie da war oder keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, nach Barack Obamas letzten Äußerungen zu UFOs und Co. ist für mich hier alles möglich. Also von daher, ich sag mal, eventuell glaubhaft. Die nächste Story, Ernetti's Cronovisor oder Cronovisor, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Gleich in zwei Büchern wird die Absurdität behauptet, dass der katholische Priester, Vater Pellegrino Ernetti, im Jahr 1950 eine Zeitreisemaschine, Cronovisor genannt, erfunden hat. Der Vatikan soll diese angeblich nutzen, um sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit zu schauen. Dabei soll die Maschine den Geistlichen sogar erlaubt haben, Fotos aus der Vergangenheit und insbesondere von Jesus Christus zu schießen. Die AutorInnen der Bücher The Vatican's New Mystery und Father Ernetti's Cronovisor The Creation and Disappearance of the First Time Machine schwören beide, dass es den Cronovisor gegeben haben soll und vielleicht sogar noch gibt. Schwer vorstellbar, schließlich hat die katholische Kirche heute mehr Probleme, MitgliederInnen zu halten denn je. Diese Entwicklung hätte man noch mit einer Zeitmaschine erahnen können und da haben wir schon den springenden Punkt. Ganz ehrlich, die katholische Kirche, like really, also die leben in, also geistig noch ganz woanders. Ich glaube nicht, dass die eine Zeitmaschine haben. Also, ich glaube nicht an diese Story. Möbeli und Jordain besuchen Marie Antoinette. Anne Möbeli und Eleanor Jordain, zwei englische Frauen, besuchten im Jahr 1901 bei einer Reise durch Frankreich auch das Schloss von Versailles. Sie statteten auch dem kleinen Lustschloss Petit Trianon. Sorry, ich kann keine französische Aussprache. Ein Besuch ab, das einst für die Maitresse Madame de Pompadour gebaut worden war und später der Rückzugsort Marie Antoinettes war. Kurze Anmerkung, es heißt wirklich Lustschloss, ich dachte sie hätten sich vielleicht verschrieben, aber ich kenne mich mit dieser ganzen französischen Geschichte nicht aus. Bei ihrem Rundgang hörten sie plötzlich seltsame Stimmen, sahen Menschen, die für die Zeit untypische Kleidung trugen und hatten auf einmal ein ganz anderes Gebäude vor sich mit veränderten Mauern und Räumen. Schlussendlich wollten sie sogar Marie Antoinette höchstpersönlich gesehen haben. Tatsächlich sah das Schloss zur Zeit Marie Antoinettes anders aus, da es später erst ausgebaut wurde. Das könnte die veränderten Räumlichkeiten erklären, die die beiden Frauen sahen. Beide waren fest davon überzeugt, in einen Zeitriss gefallen zu sein. Zehn Jahre später veröffentlichten sie ein Buch, genannt An Adventure, in dem sie über ihre Zeitreiseerfahrung schreiben. Ich muss sagen, das könnte definitiv sein, keine Ahnung, also bestimmt gibt es Zeitrisse, wenn es Zeitreisen gibt, parallele Universen, was weiß ich, was es alles gibt, warum nicht auch das. Und ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen vorbelastet, was Madame de Pompadour angeht. Kennt ihr Doctor Who, die Serie? Auf jeden Fall gibt es da eine Folge, in der Madame de Pompadour vorkommt und da geht es auch sozusagen um Zeitreisen. Also ich meine, Doctor Who ist einfach eine Zeitreiseserie, aber keine Ahnung, irgendwie dachte ich mir, okay, das stimmt bestimmt, weil bei Doctor Who kam Madame de Pompadour auch vor und ja, ich glaube das alles. Aber ja, wie gesagt, also wenn es Zeitreisen geben soll, finde ich die Geschichte gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und ich bin gerade echt am überlegen, ob ich mir das Buch kaufen soll, weil ich finde das irgendwie voll interessant, was die da erfahren haben. Und ich denke mir, warum sollen das einfach zwei Menschen gleichzeitig gesehen haben und diese Erfahrung haben und das irgendjemandem erzählen, was hat man davon? Also ich glaube, so berühmt sind sie auch nicht geworden, weil ich kenne sie nicht. Also von daher, so viel hat das dann ja auch nicht gebracht. Von daher, könnte es sein. Victor Goddards Sturmerscheinung 1935 stellte der Royal Air Force Kommandant Sir Robert Victor Goddard die Behauptung auf, über Schottland in einen Zeitriss gefallen zu sein. Auf einer ihm bekannten Strecke flog er von Andover nach Drem, als er plötzlich über einer verlassenen Militärbasis in einen Sturm kam. Als er tiefer flog, löste sich dieser auf und auf zauberhafte Weise war die Militärbasis plötzlich nicht mehr verlassen, sondern voller Flugzeuge und MechanikerInnen. So seine Erzählung. Kurz darauf soll angeblich ein neuer Sturm aufgezogen sein. Goddard schaffte es unverletzt nach Hause, aber die Vision ließ ihn nicht mehr los. Tatsächlich wurde der alte Militärflughafen 1939 wieder in Betrieb genommen. 1975 schrieb er ein Buch mit dem Titel Flight Towards Reality. Auch mega interessant, ähnlich wie die andere Geschichte, wobei ich die andere Geschichte irgendwie noch crazier finde mit den Menschen, die scheinbar anders aussahen und so. Aber auch hier wieder Zeitriss kann sein. Also ich finde, es ist nicht absolut unglaubwürdig. Was denkt ihr? Sind Zeitreisen bereits geschehen? Gibt es Zeitreisen? Also ich weiß nicht. Ich denke irgendwie, wenn wir in 1000 Jahren oder so, falls die Erde dann noch vorhanden sein sollte, in der Zeit reisen können, dann müssten wir ja in der Gegenwart von sehr vielen Zeitreisenden Menschen umgeben sein. Und entweder sind Zeitreisen in der Zukunft sehr geregelt von so einem Zeitreiseministerium oder sowas. Und die Zeitreisenden Menschen tarnen sich wirklich sehr gut, weil sie wissen, okay, wir reisen jetzt ins Jahr 2012. Was hat man da getragen? Welche Musik hat man gehört? Über welche Themen tauscht man sich gesellschaftlich aus? Was ist in der Politik so los? Oder es geht halt nicht. Und es wird nie möglich sein. Weil das ist halt irgendwie das Verwirrende an Zeitreisen. Wenn wir in, keine Ahnung wie viel, tausend Milliarden, Millionen von Jahren Zeitreisen können, das ist zwar für uns jetzt noch in der Zukunft, aber diese Menschen, die in der Zukunftsrealität leben, müssten dann ja schon in unsere Gegenwart oder sogar Vergangenheit reisen können. Weswegen sie ja, ja, Leute, ihr merkt schon, es ist einfach sehr verschachtelt. Also ich persönlich finde Zeitreisen immer äußerst verwirrend, vor allem in Serien und Filmen halt. Also wann anders habe ich auch nicht damit zu tun, ist jetzt nicht so, dass ich selber in der Zeitreise oder so. Aber ich weiß nicht, ich verstehe solche komplexeren Zeitreisestorys einfach nicht, das ist so verwirrend. Und wie gesagt, also falls Zeitreisen jemals möglich sein sollten, während ich noch leben sollte oder was auch immer, werde ich sowieso niemals verstehen, wie das geht. Weil das Thema ist so abstrakt und die Vorstellung ist abstrakt und es ist sehr komplex und ähnlich wie mit den Paralleluniversen. Wenn ich zu viel darüber nachdenke und versuche es zu verstehen, dann platzt einfach mein Kopf. Aber wer weiß, vielleicht leben wir schon lange mit zeitreisenden Menschen unter uns. Wer weiß, wer weiß. Wie habt ihr eure Nachbarn kennengelernt? Wie lange kennt ihr sie schon? Vielleicht kommen sie eigentlich aus einem anderen Jahrtausend. Wer weiß, wer weiß. Okay, nein, ich höre jetzt auf, sonst müsst ihr euch noch Aluhüte basteln und euer Haus nicht mehr verlassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag oder einen wunderschönen Start in den Tag, was auch immer ihr gerade tut. Ich wollte nochmal daran erinnern, ich habe die Spendenlinks zum Thema Hochwasserkatastrophe in die Shownotes gepackt. Wenn ihr könnt, helft und unterstützt unsere Mitmenschen, die es schwer getroffen hat. Und ja, ich habe nicht mehr zu sagen. Von daher sage ich nur noch Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, da sind keine Würmer drin. Amethyst. Schündet. It's time for a Kirsch. Nebenzeit. Oh, Zapp. Mann, was rede ich hier die ganze Zeit? Vage Vorhersagen. Sturm. Verblasten. Nicht verblasten. Militärbasis. Verlassenen. Thema Hochwasserkatastrophe. Hoch.